Machst du da diese Versuchung, wie weit man kommt mit dem Vorderrad? Ne, du fahrt eigentlich auf Arbeit. Achso. Mit was hast du geschossen? Mit nem Stirnkorb. Ich hab einfach nur kurz Quick Peek gehört. Entschuldigung. Ich mein, der war geil. Das hat... ge... also... das... ach fach. Das Geräusch, Junge. Das klang so, als hättest du meinen kompletten Kopf leer gepustet und gegen dieses Garagentor. Ja, bissl was von einem Hirnbob da, ne? Das war halt die AKU. Das klang als hättest alles außergeschossen. Also wirklich alles. Und das ist grad ein bisschen buggy, ich komm... Das war, dass das noch nicht möglich war.